das hat also vorher schon doof ausgesehen guten tache leid was steht dann du wirst du noch test das hat man schon gut habe leiden wir spiele weiter portal revolution jetzt habe ich das hier ist übrigens emilia ich nenne sie einfach mal emmy so wie die hieße die net in metroid rett oder wie hieß das glaube ich was die emmy es gab keine ahnung hör schon mal emmy kannst du vielleicht mal ja also die hängt ja an dem ding aber so eine oberleuchte das wäre mir halt deutlich lieber als es was du du machst ah yes the boring presentation room for some reason the presentation rooms were assigned special roles this is the boring one where only really an interesting topics get presented i worked next to the presentation room of danger well that's its nickname what they pitch there is shocking at first but it didn't take me long to get numb to it na dann ist ja alles gut so emmy ich wäre dir sehr dankbar wenn du vor mich leuchten würdest du nicht auf mich mein ja nur ja was soll das also da kann ich durchgehen alles klar also es war mir ehrlich gesagt deutlich lieber also irgendwie als 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 ich sind der hand katt hat die emmy weil dann konnte ich wenigstens was sehen aber naja vielleicht finden wir irgendwo wieder strom aber das ist schon gruselig die mann ich künstler ja ja interesse ich könnte find a humanoid android body somewhere around you forgot what it feels like to have hands ja was willst du eigentlich hände haben also so sie muss nix mehr essen sie muss ich nämlich am buggel kratze was braucht man da noch die hände vor weil die hose runter zu ziehen wenn du pinkeln muss muss er auch nimm ich denke ich schon irgendwie sind das duffer ja leuchtest du mir vielleicht motto nun ich weiß sogar noch ob ich dann hin ob ich das ach komm ja wenn das jetzt bruttelos gewesen wäre wäre ich jetzt voll hin gesprungen weil du nicht geläuchtet hast so spitzes song hey okay das ist hier ich gehe erstmal gucken da geht es natürlich nicht lang alles klar das war mir schon so so halber bewusst so hinne kann ich net nennen ja dann muss ich halt wirklich dahin ach guck mal dahin ist sogar wo ist denn das jetzt hier das war doch eine weile net so also ja danke danke dass du auch mal an mich denkst und da bist du beleuchtet ich will mich doch aber umgucken wo ist das parabol spiegel irgendwas mit sonne was weiß ich was muss ich doch jetzt schmitter durchs glas du hupst du hey naja ehrlich gesagt ach guck mal jetzt jetzt haut sie ab jetzt bleibt doch da hopp weiter geht's oder na das gefällt mir irgendwie ach ja okay so gibt's nix zu gucken naja okay dann gehe ich jetzt so durch ich hoffe dass du jetzt bald irgendwo heller ist was ist das äh rosa keine Ahnung sieht aus wie die Videokassette so ah endlich endlich aber echt hey ich kann nicht stoppen über das Android-Body ich wundere ob sie diese zu entwickeln ist moment die haben angefangen Androide zu bauen oder körper zumindest vielleicht im schlimmsten fall hätten sie glättes mit ihm und händ die man auch noch nur rennt und ist nicht so gut so aller gut auf der neue hut wo gehen wir jetzt hin so lang würd ich sagen und ja 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 so oh wo geht's nicht lange wieso ich ich muss das es muss es muss einfach sind ich kenne schon irgendwas verpassen na super jetzt darf ich mich doch so eine Dinge dadurch rengle äh so äh ach so okay jetzt nicht auf alles klar hier geht's weiter lala viele türen schließt sie spanien was was ach du scheiße was ist denn hier los warum was passiert wow was lasst du doch alles runter warum warum also du hast nicht irgendwelche Sachen runter gefallen ja okay aber ich finde es auch eine gute idee höher zu gehen oder hätte ich auch raushubsen können oder kann ich doch nie hubsen Moment ne hm ist hier ein portal dingens ich bin ja schon froh dass ich wieder halbwegs licht habe also ich bin doch jetzt nicht so sehr meckere wie es da aussieht und wenn ich mich bei mir hier gerade so umgucke ich komme ja mehr oder weniger aus einem kleinen miniurlaub dann brauche ich gar nicht zu meckeren wie es hier aussieht so ich will doch nicht hupsen und auch schön durchgehen kennen die musik macht man irgendwie gerade ein bisschen noch nicht so geheuer war das okay so weiter geht's wenn ich das hier aufmachen ja kann ich aha oh no i believe this might be an old dangerous teleportation experiment here we've got ourselves the aperture science non-local matter displacement device quite a mouthful i know our team effektionally dubbed it the spire adds a bit of pizzazz to it right it was developed as a successor to the borealis experiments from the seventies but i've never seen it with my own eyes ja zählt ist schon in ordnung mach dich wo mach dich wo nicht geringer als du bist du bist meine kompanionin okay das war dumme idee was aber ich muss doch da oben aber drauf da da ah ja da hat was diesmal alles klar ah ja 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 so so und dann fliehe ich da nimmer so wie ich das sag sie okay gyronimo hui au he he so dann muss ich wohl so nimmer und werde dann irgendwie hochgeschoss und dann sehen wir weiter was passiert gyronimo svetemo aua hm okay cool danke äh ich dachte ich muss doch jetzt halt wieder hupsen und in so portale schießen und so das mache ich ja überhaupt nicht gehen aber das hätte ich ja wohl locker hingekriegt so ah aha ha 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 oh ja oh ja oh ja oh ja ja da habe ich Bock drauf gucken au ha 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 Oh, jetzt, ich weiß. Ich weiß, wie ich mal Videos benenne. Ich benenne sie. Ich bin trotzdem immer wieder... Ach, ich mag Flummis. Ich mag Flummis. So. So, kann sich mal die Mario-Scheibchen abschneiden von meinem Doppelwandsprung gedöhnen, so. So. Oh, kann man irgendwie... Portal, da drinnen. Nett. Dann schieße ich mich schon lieber. Ach so. Ah ja, so, okay. Genau das ist nämlich das Ding. Blau Geschoss, okay. Ist ja null Problem. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Da liegt dann doch Stili. Ja, hallo, ich bin hier immer noch die Putzfrau, ne? Da muss ich hier aufschrauben. So, jetzt hat... Blau. Geronimöchen. Äh, wiii. Sehr schön. Und fly like ein Hegel. Oh. Und jetzt hat... Dasselbe noch immer, oder wie? Nur diesmal do, lieber. Ja, aller gut. Aber wo? Aber wo? Wo muss ich runterhubsen? Oh, das Geländer do, das hängt in der Luft. Oh, wo kann ich rauskommen? Ich mach das mal so. Ah, super. Ach so. Ja, ja, nee, 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 nee. Stimmt, 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 stimmt. Alles richtig, alles richtig. Okay. Oh, der geht in Elbe. Ha, ha, der geht in Elbe. Ihr leid, ihr leid. Der geht in Elbe. So, jetzt pass auf. Wo war der da oben, gell? Der geht in Elbe. Da bin ich mit zu viel... Da bin ich mit zu viel Schwung hingegangen, weil... So. Rode muss schießen. Aber jetzt schee langsam, ne? Schee langsam. Ja, siehste. Woops. Au. Das war nah. Ach was, das war... Wahrscheinlich haben sie genau... Genau, das wäre... Genau, das wäre... Das Gitter hier gemacht. Vorher war es so. Warum auch immer. Warum machen wir doch nicht einfach gerade ran? Ja, keine Ahnung. Weil es halt so ist. Ist das so ein Lichtschalter? Nee. So. Wo sind die... Die grausliche Musik hier, die man Angst gemacht hat? Die ist weg. Ach so ein Glück. So was leid hier. Äh... Irgendwas... Mit Familie. Lecko mio. Alles klar. Ey, Moment. Oh, ein Glas. Ich muss noch an zwei Glasdinger drahtatschen. Damit ich hier ein lecker Achievement kriege. Äh... Warning. Nix Warning. So. Kommst mit. Geh ich mal eh wieder nur im Weg rum. Siehst du? Ja, so. So ist richtig. Passant, dass er mal im Weg rum steht. Und du? Geh ich mal auch im Weg rum. Perfekt. Ich bin der Hausmeister. Ich bin gar nicht der Hausmeister. Ich bin die Putzfrau. Kein Scheißmann. Jeder weiß, man. Äh, wie. Äh... Komm ich da irgendwie? Nicht raus. Akimoto. Na? Komm. Abkommen, weil es ist doch gang. Ich hab's doch gesehen. Da. Sack. Äh. Ich bin da so Stuhli geschmissen. So aus wie Sau. Da. Alles klar. Was ist das da für ein Labor? Die Tür geht immer... Geht natürlich nicht auf. Äh... Moment, das hab ich noch nicht geleist. Große Videoeröffnung. Äh... Äh... Oldest Test schafft Echo Relay... Äh... Relay zu abgenauer Hölle. Masti Smelling? Ist zu hell. Mhm. Ja, 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 hopp. Es ist jetzt da einfach nur so kleine dumme Sprüchel schon. Oh, was ist das? Feeling lonely tonight. Was fühlt man hier? Einen Kuchen. So, geh auf. Geh auf, gut. Das wird so dumm klingt, also... Geh mit mir. Okay. Garbage-Disposal-Tubes generieren viel mehr Kraft, als die in Testchamben. Sie sollten Sie sich aufhören. Wenn Sie in dieses Tube rennen, werde ich Sie in die Oberfläche von der Facilität rufen. Das wäre fein. Das heißt, ihr habt einen Müll, der mehr wiegt als 60 Kilo? Schon mal richtig krass, irgendwie, ne? Wenn ja nur. Achso, da, da hin muss ich. Achso, ich könnte einfach... Und das hier macht was? Äh, da, 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 da. Achso, das saugt dann den Müll da. Uff, okay. Also, ich geh mal davon aus, dass jetzt do gleich die Tier zugeht. Sobald ich, äh, das Ding ins do Arsch halte. Das wäre auch ich jetzt das Portal gleich geschossen. Ich muss da nur nachgucken. Oh, wohnt der Hulk? Ähm. Alles klar. So, jetzt gucken wir mal. War mir klar, ne? Ach, deine Stabdose saucht da nicht auf, oder was? Wenn er doch so stark ist, müsste er doch auch den Stab aus dem Ding rauskriegen. Okay, dann... Okay. Okay. Ich muss mich jetzt immer noch anhalten. Okay, aber nicht, dass du mich jetzt in die Flamme nehmen schießen, Dusch oder so. Das ist so stark ist, dass ich dich jetzt in die Flamme rauskriege. Danke. Okay, sobald ich mich jetzt in die Flamme rauskriege. links oder rechts aufmache. Oder auffahren. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal natürlich erst mal gucken. Okay. Okay. So, wenn ich jetzt da deine Werfel da hinten drauf stelle... Und dann geht die Anna dir auf, so wie ich das jetzt verstanden habe. So, das heißt, ich gehe jetzt da wieder hoch. Ungefähr so geht dann einfach noch rechts. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Technikammer. Sehr, sehr schwere. Shit. Achso, jetzt sagst du. Moment, das macht nur die Tier auf, aber nicht desto. Achso, ich habe gerade noch gross dumm Zeich gemacht, weißt du. Ach wie. Kommt man vielleicht? Nein. Einfach nur Würfel. Achso, ich kann mir jetzt... Nein, kann ich mir eben nicht, wenn ich mir jetzt deine Werfel hole. Hm. Okay. Also, zu allererst mal finde ich seltsam, dass da ohne drunter, dass man da ein Portal hier schießen kann. Weil, wo werden das dann... Das wird ja nicht in-gesaugt, das wird ja ausgesaugt, ne? Wir gucken jetzt. Was war das? Okay, also... Achso. Ach, das... Achso. Ah. Das wird doch jetzt halt mit Druck rausgeblossen. Weil, wo das Ding ist, hat er das doch nie mehr geblossen. Achso. Sehr schön. Ja, okay, okay. Ja, dann verstehe ich das natürlich. Guck mal her. Äh, das blaue muss da hin. Das war schon... Das war schon eine gute Idee. Sehr schön. Wenn da wäre ich jetzt... Äh, so drauf gekommen, weil so viel kann ich da nicht machen. Einfach durch... So wie jetzt, Trial and Error. Vielleicht wäre mir das... Nein. Nein, glaube ich nicht, dass mir das so in-gefallen wäre. Ich hätte halt einfach nur gedacht, wo ist das durch? So, guck mal, guck. Wird da weggeblossen und geht da die Dio. Ey, voll geil. Voll geil. Ist auch ein kleines... Ist jetzt nicht so... Der Mega-Kniff gewesen. Aber war doch schon cool. War doch schon cool. Kann man nix sagen. So, ich hoffe jetzt, dass da oben auf ist. Jawohl. Sehr schön. Ich habe ein paar internale Dokumente für die Spire gefunden. Das ist 20 Megabyte groß. 20 Megabyte! All das auf einem einzigen Schritt! Wieso ist denn da jetzt mein Portal verschwunden? Hä? Ach so. Also, ich gehe davon aus, das sollte wahrscheinlich so ein blaues Ding sein, was aber nicht ist. Ist jetzt aber nicht schlimm. Ich habe nämlich gerade gefunden, wie es weitergeht. Zack. Mein Gott. Banzig Megabyte. Oh, gar nicht. Ich bin mir ja gut vorankommen heute. Oh, jetzt geht's. Ich will doch aber hoch. Hai, 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 naja, wir werden schon sehen. So. Ich habe geschrieben auf dem Spire. Eine Sache, die mich puzzelt hat, ist, wie hat es aktiviert? Es hat schon seit Jahren geblieben, und plötzlich hat es sich einfach in die Aktion geblieben. Wer es war, muss sich wirklich erschrocken haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, da muss man bestimmt ganz böse drüber nachdenken. Werden wir wohl nie rausfinden. Tschüss, ich muss weg. Alles klar. Tischkammer 4 von Gelflow. 8. Würfeln, nicht trinken. Hupsi, hupsi. Cool. Okay, das ist schon ziemlich geil. Keine Ahnung, was es soll, aber... Da ist so quasi fast alles dabei, ne? Ja, bis auf die Brücke und Turrets. Alles nicht schlecht. Alles nicht schlecht. Was ist denn das hier? Das ist ein Gelenk. Aha. Da muss der gute Ball durch hin, wo der überrum fliegt. Was macht der da? Geht das auch panisch aus? Okay. War jetzt nicht so schwer. Man konnte ja eh nichts anderes machen. Alles klar. Ich hoffe, dass sie die jetzt aufgeht. Ja, sehr gut. Was ist denn da? Okay. Next test. Next test. Hier ist es dann. Wie ich da durchgehe? Äh, echt jetzt. Ich muss doch, ich muss doch sehr bitten. Das ist schon sehr erniedrigend hier. Ohne in der, in der Käse da rum zu krabbeln. Warum? Warum kommt man da? Warum haben sie so nicht einfach ein Tier hingebaut? So schlimm war das jetzt halt nicht. Ja, okay. Ja, aber trotzdem. Scheide ich dir. Da kannst du dich immer noch unter dem Rohr durchbiegen. Na, 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 na. So. Ist das alles noch dieselbe Techtkammer 4 oder ist das jetzt schon wieder? Nee, ah, jetzt bin ich untergeguckt. Das heißt, guck mal, da übergeht es Arbeiter. Oh, was ist denn los? Ist das schon irgendwie witzig? Ich, ich küsse natürlich euch mal noch ein bisschen um. So. Nee, hier ist nix. Okay. Ähm. Was soll das du? Ah, ja, guck. Jetzt kann ich zumindest nur das Röhre-Ding da machen. Ich lasse das jetzt mal ordentlich voll laufen, ne? So, und dann gehe ich da runter. Und dann habe ich da ein Riesending hier gebatscht. Ach, ja, okay. So. Dann rennen wir jetzt da hin. Da habe ich sogar das Ding schon geschossen und fliehen dann da lieber. Aber wo genau fliehen wir da hin? Ach, da oben drauf. Okay. Alles klar. Auch das war easy. Also, was ist denn jetzt das wieder hier für Pipi-Fax-Kamera-Door? Also, ich muss doch sehr bitte. Das unterfordert mich. Das unterfordert mich hier. So. Gut, das ist schon wieder ein Schalter. Da oben ist ein Portellchen. Ah, guck doch in das Portellchen. Kann ich da dann? Ich weiß gar nicht, warum. Ich schieße es mal einfach hin, ne? So. So ist ein Schalter. Wir merken uns, da ist ein Schalter. Ihr leid, schreibe mir mal in die Kommentare, wann ich mich finde. Es wird wahrscheinlich passieren, dass ich den jetzt eh gleich wieder vergesse, wie letztens. Okay. Ach, du, guck. Ist so schnallig noch nicht ganz, was das da soll. Aber das macht nichts. Ich muss, oder? Da kommt es dann so raus. Eigentlich, ja, das kommt dann nur da raus. Das bringt doch auch... Doch, 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 doch. Ja, klar. Ja, klar. Dann kann ich das da jetzt halt umleiten. Dann machen wir das da noch schnell. Oh, guck, komm. Wir machen es weiter oben hin, damit es ordentlich platscht. So. Und jetzt ist mein Plan... Wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Ich habe ihn nicht vergessen. So, jetzt müsste das wahrscheinlich umgeleitet werden. Richtig? Jawohl. Und das geht jetzt da hin und platscht dann da entlang. Sehr gut. Ach, und da unten platscht ein... Ach, guck mal da. Da platscht ein blaues. Ja, das ist ja mal cool. So, kommen wir noch ein bisschen unten hin. Und ein bisschen links. Und ein bisschen rechts. Das sollte, glaube ich, nicht so lange da drin stehen. Wenn wir es einfach mal so lassen, ja, komm. Das passt schon da hinten, oder? Oh, das war zu weit. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ihr Leute. Wo sind wir dann? Alles klar. Alles klar, ihr Leute. Das kriegen wir hin. Machen euch keine Säure. Machen euch keine Säure. Wir können das ja schon mal gleich machen, ne? So. Wo habe ich denn jetzt hier geschossen? Ne, ne? Sonst aber eigentlich nicht. So, jetzt müssen wir... Okay. Wir müssen ziemlich... Ja, mittig halt, ne? Dann komm, dann machen wir das halt mittig. So war das, gell? So, jetzt noch ein bisschen höher. So ungefähr. Ich gehe mal aus dem Weg, du. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du noch ein bisschen weiter... Komm her. So. Batsch, batsch. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Ja, komm. Bolle Möhre auf die Ohre. Gar kein Problem hier. So, machen wir das noch oben rechts. Upsala. Das war... Das hat nicht so oben rechts gepasst. So, jetzt hat aber... Also. Jetzt hat es gepasst. Alter, bin ich jetzt vorhin wirklich dort drüber gehubst und da hinten hin gesprungen. Mann, Mann, Mann. Das muss man auch erst mal hier kriegen. So viel Dummheit. Da. Also, was habe ich noch gerade? Das rote Portal tut gerade orangenes Schieß. Aber ich könnte mal hier Applaus holen, ne? Oder? Nee. Aber aus dem rote Portal kommt rotes Gel. Da habe ich das halt zeichnen, ne? So, das ist ja mal gut zu wissen. Das ist ja mal gut zu wissen. Ah, okay. Jetzt haben wir kein Portal mehr. Schade. Schade. Kann ich da nur noch hupsen? Und dann boinkt es mich. Welche? Dann doing. Und dann hier direkt wieder hoch. Mensch, ob das geht? Ich verstehe, was ich immer wolle. Oder? Ach, nee. Ja, basuf, basuf, kollege. Basuf. Nee, nee, nee. Ich mache besser als rote hier. Aus dem rote kommt dann rotes Gel. So. Ja, ja. Hopp. Uff, sorry. So. So. Und jetzt muss ich nämlich... Ich muss nämlich da nur noch hupsen jetzt. Ah, nee, muss ich gar nicht. Guck. Aha. Muss ich gar nicht. Guck. Guck. Zack. So. Wunderbärchen. Überall. Du warst alles vollpappen mit dem Scheiß. Zack. Doh noch hin. Und da lieber. Und da oben auch hin. So. Dann probieren wir das jetzt mal. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen. Das war natürlich dumm. Das letzte, was ich geschossen habe, war rot. Ich mache jetzt hier... Ah. Ach so. Uh, das ist sogar... Das ist sogar so geplant, ne? Das ist sogar so geplant. Naja, okay. Ah. Ah. There it was again. Did you see? The Spire is stealing resources from down here as part of its power-up sequence. I don't think it presents an immediate threat to us, but something just feels off. Aperture likes to poke around at anything, no matter how dangerous it is. The fact they discontinued this experiment doesn't really fill me with emotions I would categorize as positive. I don't know if you're going to do it, but I don't know if you're going to do it, but I'm going to play with Copera, ne? Ich glaube, bei der Aufnahme von dem Sprachgedönser, weil war es so nur am Mikrofon, oder hat es kein Pop-Schutz gehabt? Es hat ziemlich gep... Moment, ich muss das ins Mikrofon machen. Es hat gepoppt. Gepoppt. So, alles klar. Ich habe übrigens hier auch kein Pop-Schutz drauf, aber ja, ich habe ja im Moment... Ich spiele hier am Fernseher, da habe ich schon das Ansteck-Mikro. So labere ich schon einen direkt hin. So. Ihr Leid, ihr Kinder. Ach komm, da ist noch ein Aufzug. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Ja, okay, ne? Ich muss so halt hin, ja. So, ihr Leid, ich sah dann euch aber gleich. Ja, komm, nimm, geh mal noch. Dann kann ich währenddessen die Verabschiedung machen. Ihr Leid, ähm... Oh, es geht endlich wieder hoch. Jetzt kommt gleich ein Ladebildschirm, so. Den nehmen wir noch mit. Und dann sah ich aber... Da hole ich die auf. Tschüss, sah ich aber. So, machen wir mal hier weiter. Im Moment machen wir es richtig Spaß wieder. Also, ja, es ist natürlich jetzt nicht so viel Brainschmalz, Gehirnschmalz gefordert gerade. Im Moment ist halt mehr ganz, ganz billiges Erkunde und ganz billige Rätsel-Technik-Kamera sowas. Aber, wie gesagt, das ist auch geil. Ich liebe ja Erkunde und Rumgucken und sowas. Und deshalb ist das auch ganz gut. Gut, ich sei jetzt aber euer E-Mot-Tschüss-Verheit, ne? Schauen Sie bald wieder rein. Da net was hier im Schmalz muss sein. Da ist das Bühne frei. Da bin ich Wintermein. Da muss einer gehen auf Wiedersehen, so. Alles klar, hopp, tschöö.